Hoffentlich kann ich bald den xSplit leisten und ja, dann nehmen. Yo. Hier hat es noch nichts. Wir müssen diese ausgewachsenen Aquantis killen, ok. Ich habe neue Rekornen. So, wir kommen zurück. Ich habe jetzt den grünen Stab ausgerüstet. Jetzt wollen wir mal schauen, wie schnell das, also was für einen Unterschied das macht. Ich denke, jetzt nicht ganz so schnell, aber ja, ziemlich schnell. Ja. Gefällt mir also. Schon nicht. So, wir müssen noch 20 Eisgewachsene Aquantis töten. Nein. Nein, nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich hier das bestes gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich hier das beste ist. Okay, da unten sind noch welche. Gut. Und da. Komm, Zombies. Ach komm. Gibt es noch gar nicht. Einen Schlag und schon tot. Das sind zwei Robben. Einer ist wahrscheinlich die Hose für die, ähm, für die Kleidungen, für die, ja, für die Zahlsachen. Und einer ist wahrscheinlich die Hose. Normale Hose. Die man ja, wenn man Quente tragen, nicht tragen kann. Ja. Ja, was ist das? Weißt du nicht, wo? Mal kurz ausruhen. Hallo. Schau. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Das ist nicht das, wie ich, wie ich es mache. Ich mache das zu. Ich mache das einfach an. Ich mache das. Ich mache das einiges an. Ich mache das. Hmm, mit der Anwärtser. So. Ja, noch ein paar Töten, bis die Beschwerung weg ist. So. So, weiterkommen. Gut. Dann gehen wir zurück in die Stadt. Wir haben eine Request gemacht. Nur noch eine, die ist im Wald. Aber, ja. So. Jetzt gehen wir mal. Okay. Die Fraps hat sich anscheinend ein bisschen gebessert. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wieso es das ist. Irgendwie ist Fraps total verbuggt. Und frisst viel zu viele Ressourcen vom PC. Aber es ist nur bei zwei Games so. Okay, drei. Drei Games. Wo ist es so? Durch den Split. So. So. Jetzt sind wir wieder in Fiskale. So. So. Jetzt haben wir hier unten eine zum abgeben. Da links. Ah ja. Hier. Supi. Was machen wir noch? Da unten. Jetzt haben wir schon wieder die Hälfte des Levels. Geht das plötzlich schnell. Ja. Nach Coase, Emerald, Hügel gehen wir einmal hier herum. Okay. Okay. Da wird einer jemand. Was ist noch hier? Ja. Jetzt schauen wir noch kurz. Okay, hier unten durch. So, let's add this comm. Jetzt. Okay. Okay. Hmm. Ja. So langsam macht Rechnung wieder Spass. Man muss halt nicht immer ans Negative denken, dann geht's schon. Und ja, mit einer Gete macht's umso mehr Spass. Okay. Okay. Okay, jetzt zum abgeben. So. Gibt's noch irgendwas hier? Nein. Also gehen wir weiter. Weiters. Ich nehme hier kurz noch eine Nice Quest an. Die mache ich dann AFK. Also nicht in der Aufnahme so zu sagen. noch ein bisschen weiter Level. Noch ein bisschen weiter Level. So ein bisschen geil. Das ist wenig. Die. So. Schauen wir hier kurz. Okay, ein Fiske. Okay, ein Magnonit. Das ist gut. Toll. Okay. Quest Bandit. Nach Corsum. Und nahe. Da müssen wir unten durch wieder. Nee. Ach komm schon. Ja, ich mach das später dann. Aber ich kann ja dann wieder zurück. So. Magier Handschuhe plus 5. Ja, besser. Okay, hier ist noch eine Kiste. Oh, was ist jetzt los wieder? Ja. Kein. Kein Erbarmen, wenn ich im Let's Player dieses Fraps Program. Ja. Kein Erbarmen, wenn ich im Let's Player dieses Fraps Program. Quests auch nehmen. Gut. Ähm. Wir haben 5. Geben die Quest hier noch ab. Ja toll. Bis gleich. So wieder da. Ich bin plötzlich in einem Haus. Keine Ahnung wie so. Ja. Machen wir einfach weiter. Und hier die Quest abgeben. So. Und jetzt. Musen wir weiter. Zurück. Okay. Noch weiter. Jetzt. Mal das Pferd nehmen. So. Mal schauen. Irgendwo hier. Ah, das Wasser. Toll. So ich jetzt hier reinkomme. So. Okay. Und jetzt. Zu dem. Quest beendet. Gut. Ja. Jetzt können wir noch eine Quest annehmen. Die da oben. Schreibt er noch. Ja. Okay. Okay. Ähm. Mal schauen. Ich halbe mich auf der Minimap. Okay. Dann gehen wir so. Hier unten. Ja. So. Zehn wilde Bär. Sind die überhaupt hier? Da ist einer. Ab da oben sind glaube ich mehr Bären. Da ist mal eine. Da ist eine. Ja. Da sind mehr. Hallo? So. Nächster. Da ist ein Stückchen. Kein. Mach. Dämonenfutter draus. Irgendwie so wird das. Drei von zehn. Da sind einige. Du bist. Da ist eine. Du bist. Du bist. Du bist. Das ist eine. Und da ist das.